Läufer ist hier ein anderer Begriff für Anker, aber ich erkläre den Begriff hier einfach nochmal. Anker ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit dem Elektromotor. Zu finden ist der Anker bei Gleichstrommotoren und auch bei Universalmotoren. Hier wird der bewegliche Teil des Motors, sprich der Rotor, als Anker bezeichnet. Üblicherweise befindet sich der Anker innerhalb des feststehenden Stators. An dem Anker ist die sogenannte Welle angebracht. Am besten sieht man den Anker im Gleichstrommotor. Hier nun ein Bild eines Gleichstrommotors eingeblendet und nun markiert ist der Anker. Der Name des Ankers kommt daher, da der Anker oft, wie hier gezeigt, geformt ist und diese Form an eine Ankerform erinnert. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.